Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Let's Play Gangster Vegas. Ja, also es geht mal wieder weiter. Entschuldigung, dass gestern keine Folge gekommen ist. Ja, ich dachte ich hatte noch eine Folge übrig, weil ich hab die ja gewandert, wie ihr vielleicht gesehen habt. Weil, äh, eine Folge wäre 25 Minuten lang gewesen, ja? 25 Minuten, stellt euch das mal vor. Aber, ähm, ja, also gehen wir jetzt erstmal in den Stripclub, also Lieblingsbeschäftigung und so. Ähm, und ja. Feier und Weiß, Junge, Feier und Weiß. Ja, also da gehen wir jetzt rein, mal eben gucken, was so geht und so, und so richtig swaggy. Ja, geht aber nicht so viel. Warte, was denn da hin? Okay. Ähm, ja. Okay. Okay. Das ist wieder ein Kriegierer, ne? Stimmt's mein Freund? Oh, leider ist das hoch. Oh, leider wollte ich nicht hoch. Ach, das ist eine Kurier-Challenge. Ach komm, versuchen wir bitte aber kein Motorrad. Nein! Okay, dann können wir wenigstens das hier nehmen, so. Kurier-Challenge. Ja, dann werden wir die jetzt mal so richtig Mikey fahren, würde ich mal sagen. Okay, erstmal durch die Innenstab... Alle gelben Ringe. Okay. Ist ja natürlich der geilste Disc gewesen, wenn die da gelbe hingeschrieben hätten und die die rot markiert hätten, ey. Der, der ist pink, ja? Also ich bin nicht farbenblind. So. Dann werden wir jetzt, glaub ich, erstmal die Street hier zu Ende fahren. So, dann fahren wir die hier, machen danach die Linkskurve. So. So. Das wär jetzt scheiße. Da hab ich ne Ring verpasst. So. 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 kt. Hm. ja, noch mehr Ja. Ah, das schaffen wir aber. So, bam, ey. Ja, vier Sekunden. Nein, 20. Genau. Okay, da gibt es direkt noch eine. Aber wir werden jetzt, glaube ich, erst mal die Story weiterspielen. Das ist, glaube ich, etwas relevanter. Folge Viras Anweisungen. Ach, Hammer, hier kann man Grundstücke kaufen. Ach, die generieren dann Einkommen. Hammergeil. Das ist ja mighty. Kann man da nicht mehr reingehen? Oups. Okay. Okay, so, da haben wir noch ein Grundstück eben mal so gesnackt. Dann werden wir jetzt erstmal wieder eine Mission machen. Ja, dann müssen wir wohl oder übel erstmal Story machen. Ja, so, dann machen wir erstmal wieder eine Story-Mission. Ja. Ja. Ja, so, dann müssen wir das ist der Eiffel-Dorm. Ja, das ist der Eiffel-Dorm. Ja, okay. Okay Hammer Ah, Hammer Erstmal Wahlplakate zerstören Renn, 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 Laufschlampe, Lauf Oh, falsche Richtung Trollolol Ja, das war jetzt scheiße Sehr schön, diesmal Haben die auch nicht geschossen You're out of here, Courtman Lockety, Lockety Renn, Renn, Exterminator, Sandman You're under arrest Entkomme der Polizei Ja, Hammer Wie die mich jedes Mal wieder einholen Ja, genau Alter, was ist das denn für eine kranke Polizei, ey Endlich, ey, endlich Hey, Hammer Danke So, dann kehren wir mal zum Stripclub zurück Aber bevor wir das machen Mache ich erstmal eine kleine Pause Wir sehen uns dann wieder beim nächsten Mal Wenn wir wieder ein bisschen Gangster spielen Schade Ich muss nämlich noch Dead Space aufnehmen So, tschüsschen Tschüss, tschüsschen 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 Vielen Dank.